Herzlich Willkommen beim Reiseservice der Deutschen Bahn. Die Reiseauskunft der Deutschen Bahn, was kann ich für Sie tun? Ja, ich will mit der Eisenbahn wegfahren. Das ist jetzt aber nur eine Auskunft erst mal. Aha. Ja, ich will nach Lummerland. Moment bitte. Hm. Das findet der jetzt nicht. Das war Lummerland, richtig? Mit L. Lummerland. Lummerland. Ja. Also nochmal gucken. Nee, da macht der irgendwie nichts. Der schmeißt mich da immer wieder raus. Hm. Ist das direkt ein Bahnhof oder ist da vielleicht eine größere Stadt in der Nähe, dass wir da vielleicht dann mal in der Umgebung gucken? Nee, das ist Lummerland Hauptbahnhof, muss ich hin. Hauptbahnhof. Ja. Das ist aber irgendwie Richtung Nordsee, ne? Das ist Nordsee, ja. Das ist, glaube ich, eine Insel auch. Eine Insel. Ja. Dann könnte vielleicht, ja, das könnte dann vielleicht so irgendwie Sylt oder? In dem Dreh, dass wir da mal gucken. Kleinen Moment mal bitte. Ja. Sag mal. Hm. Also irgendwie. Mit Bahncard. Mit der Bahncard. Lummerland Hauptbahnhof, das muss es auch geben. Hm. Ja, gehört habe ich es auch schon. Was? Gehört habe ich es auch schon. Das wundert mich jetzt auch. Aber ich kann das jetzt nicht hinstecken. Guck nochmal richtig. Ja, ich gucke. Moment. Guck mal auf den Hafen. Hm. Tut mir wirklich leid, ich finde da nichts. Na, dann fahre ich woanders hin. Ja. Dann will ich jetzt nach Augsburg. Nach Augsburg? Ja. Bis zur Puppenkiste mit Bahncard. Bis zur Puppenkiste nach Augsburg? Ja. Ach ja, da gibt es ja halt nicht. Oh nee. Eine Insel mit zwei Berg. Schon mal was vom kleinen Telefonschreck gehört? Ja.